so ihr leben da sind wir wieder wir sind wieder dabei eine runde gas station simulator zu spiele ok ich muss den müll mal raus fuck alter wo kommt denn der typ her spinnst du oder was sich wenigstens was einkommt er wirft einfach nur seinen scheiß müll in meinen mülleimer kauf gefährlichst was ein du lurch so was hast denn alles ich hab mir hier wieder den müll reingeworfen du die du es ist ja was los hinterher kommt man wieder zu nichts hier so ist einfach nur durchmarschiert hast du was gestohlen oder so kannst du es klauen ich weiß gar nicht können die jungen klauen so außendekoration gekauft ach nee habe ich noch gar nicht muss ich noch mal her dekoration außenbereich was kann man denn da kaufen kleiner tisch für draußen ja okay mehr geht wohl nicht so okay südlicher südliches sitz okay habe ich auch müssen sie das alles kaufen nein oder doch notizzettel schwarzen block auch ein verboten schild ich glaube das sollte ich nicht in dieser menge machen aber jetzt habe ich alles gekauft ja irgendwie das sieht doch schon wieder scheiße aus so liegt doch müll drauf warum darf ich dem müll nicht nehmen was einer mit dem müll müll sagt jaja jaja ja ja ich kann es nicht anklicken kann ja nicht wahr sein liegt auch müll weil das gehört zur deko aber das ist irgendwie auch müll Ach Mensch. Lassen die einfach ihre Biopolen hier draußen liegen, Alter? Arschgeil. Los, geh mal her. Zack, das kann alles hier rein. Guck mal. Den haben wir. Kann man das viel besser verpacken? Kauft hier wer was? Kauft echt niemand was, oder? Ja, 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 ja. Okay. Erwerben sie die Aufrüstung der Tankstelle auf Level 2. Mache ich das? Das mache ich wahrscheinlich auch hier, ne? Kraftstoff ist niedrig. Oh, das ist schlecht. Aber es sind noch nicht alle. Muss ein bisschen fegen. Und jetzt Saukörper sind. So. Und sie alle wieder ab, da die Lunge. Was ist das denn? Stabt. Haha. Kann man den auch aufheben? Türen laden. Türen laden. Türen laden. Nö. Kann man den auch drehen, oder so? Schakabui! Äh. Bum, bumm. Treffer! Ich bin hier aus am Rechner? Schade. Finde ich lustig. Das macht mir immer noch Sorgen hier. Oh, oh, oh. Wollt die Blume nicht irgendwo anders hinnehmen. Ja, ja, ich weiß. Ich kann das. Okay. Warte, die entladen ja alle nur ihren Müll. Ja, hier auch schon wieder. Da hinten ist auch schon wieder alles voll. Sieß. Guck dir das an. Ich muss es wieder rausschlürfen. Volle! Volle! Okay. Äh. Ich brauch ein bisschen Gasoline. Nicht genug Geld. Ich hab doch gerade... Ich hab 136 Dollar. Du Kamel. So. 100 Liter sind das. Oh. Okay. Ja, gut. Guten Tag, Sir. Du kaufst jetzt ein, oder? Wenn du nur deinen Müll hier lässt. Ich schlüsse. Du kriegst aufs Maul. Ich such hier gerade einen Knüppel. Der hat nur seinen Müll da gelassen. So. Willst du noch einen? Na? Isst dich. Sei alleine. Kann ich sein Auto klauen? Sei froh, Alter. Müllarsch. Nice. Nice. Hau bloß ab, du Affe. Ich müsste gern was hier drin ist. Habe ich den Dietrich noch? Ja. Geht nicht. Muss ich wahrscheinlich erst upgraden. Aber ist eigentlich schon ganz nett geworden hier. Also ja, außer jetzt die anderen Ruinen drumherum und so, ne? Aber... Auf Nimmerwiedersehen in die Wüste geballert. ... ... ... ... ... So, kaufst du was? Ja, Mann, du kauf... ... ... ... ... ... ... Ding, 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 ding. Ne, okay. Kann ich nur... ... einmal scannen. Oh, der kauft aber einen hier. Oh, der hört ja gar nicht mehr auf. Oh, nice. Lass dir schmecken, Bro. Den verstörenden Mann-Bugs. Schau dir. Ist das eine Müllkuh? Geh ich den aufheben, den Stein? Guten Tag, Sir. Schwindemüllkuh. So, jetzt kann ich aber bestellen. Kraftstoff, 100 Liter, bitte. Was ist das denn? Achso, wir stellen es richtig. Okay. Na? Aber es wirklich ist... Also, ich finde, das ist nice. Doch, doch. Da hinten, das müssen wir noch fit kriegen, aber hier liegen wir schon mal ein bisschen mehr Ordnung. Das Schild lasse ich da liegen, weil wenn ich es irgendwann upgrade... was hast du getan? Was hast du getan? Musst du einfach wieder ab? Ist irgendwann upgrade, kommt da was Schönes dann hin. Das hier stört mich aber schon. Früher oder später muss ich auch hier Futterzeugs und so aufsammeln, oder? Äh, auf den aufbauen. Hier Info. Kann ich da einfach upleveln? Ah, ich kann einfach aborgeln. Zack, hoch georgelt. Kostet gar kein Geld, oder was? Und jetzt? Was ist jetzt besser? Ah, das Gerümpel ist weg. Es wurde ausgebaut. Krass. Was? Was ist denn mehr Raum hier? Muss ich jetzt hier erstmal alles wieder umstellen? Äh. Wie stelle ich das denn hin so lange? Oh nein! Das zeugt alles jetzt im Rucksack? Ja, okay. Wie kann ich das denn... So, wie kann ich das jetzt hier rausnehmen? Ah, okay. So geht das. Gut. Ja gut, dann müssen wir nochmal neu streichen hier. Die Heroin-Matratze wegwerfen. Ah ja, da kommt schon der Mann mit dem dicken Schlauch. Das ist schon mal ganz praktisch. Guten Tag, Sir. Ich finde die Karre einfach geil. Ohne Scheiß. Das... Das hätte ich gerne als echtes Auto. Ruhig hier eine zweite Sitzbank noch hinter. Hier, Kofferraumluke. Ist ja schon drin quasi. Mega. Oh, da ist jemand mit dem Auto. Sie kommen genau richtig. Ich habe gerade frisch gepresstes Gasolin für Sie. Danke sehr. So. Okay, äh, ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Das hier räumen wir weg. Oh, guck mal, da ist ein zweiter Schreibtisch und zwar. So. Da hinten irgendwo hin, so. Ola Teppisch. Ich glaube, dass hier noch zu benutzen wäre. Muss das alles raus? Sie können da nicht rein. Ja, ich hab's doch noch gesagt. Müsst du nicht zu, oder was? Ja, was hast du jetzt davon? Wenn du deinen kackten Müll einfach nur bei mir ablädst. Du kaufst was, ne? Du möchtest was kaufen. Zack, was hast du denn da anders? Sag mal. Zack. 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 Nice. Nice. So. Ah, ne. Hier waren wir. Steht da ein Auto? Das ist ne Menge Schrotte. Besser. Ich warne dich. Nur den Müllplatz. Ah. Ich stoffe den Müll da voll. Ah, sie kauft aber auch einen. Okay. Wer einkauft, da ist ein Schlüssel. Guten Tag, Ma'am. Steht da ein Auto? Ich muss eben... Boah, der will aber auch was hier. Zack. So. Jetzt bist du an der Reihe. Gimme, 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 gimme. Zack. Nein. Du willst mich, den vollen Preis für das? Ah, Mist, ey. Wollt ihr mal supercool schnell kassieren? Ich wusste, dass das schief geht. Ähm, komm mal mit. Ja, jetzt passt er auch hier durch. Und wieso hat sie was dagegen, jetzt den vollen Preis zu bezahlen? Nur weil es... Ja, so ist der Google passiert. Aber weil es eben nicht gescannt wurde. Amerikaner. Pow! Pau-chi-pau-pau. So. Steht da da? Nö. Die ganzen fliegenden Sachen, die müssen hier noch weg. Hehehe. Hätte ich das nicht... Wäre das so nicht klüger gewesen? Ja, doch, wäre das. Hier ist kein Müll drin. Liegt hier draußen noch Müll rum? Muss auch den Müllsack voll bekommen. Ihr habt hier gerade bestimmt Müll reingeworfen, oder? Nö, hat's nicht. Okay. Hm. Ich bin bereit. Betankung. Wie viel habe ich dir? Komm mal her. Lups. So. Was ist das hier für ein Schlüssel? Kann man jetzt hier die Toilette damit aufmachen? Habe ich jetzt einen Schlüssel in der Tasche? Irgendwie nicht. Ne. Hm. Aber ich habe einen Schlüssel. Da hinten ist ein Fragezeichen. Ist gerade jemand an Betankungsgedöns? Nein? Okay, dann rennen wir da mal hin. Was ist das? Ne, was kann ich das nicht machen? Kundschaft. Ich habe es gesehen. Ne, habe ich richtig gesehen. Muhahaha. Muhahaha. Ups. Irgendwo liegt hier noch eine Dose rum. Kannst du haben. Geht aufs Haus. Ist richtig was los jetzt? Alter, echt jetzt. Die Leute sind assi. Ich muss jetzt mal gucken hier, wie das hier hinten läuft. Komme ich hier rum rein? Ja. Hier komme ich bestimmt. Aha. Wow. Okay, was geht denn hier ab, Alter? Äh. Wie komme ich da wieder raus? Hier ist ein Hebel. Vorsicht! Halte die Tore des Lagers geschlossen, sonst kannst du bestohlen werden. Ach, das ist das Lager. Okay. Äh. Kommen wir lieber zu. Das hat keine Texturen. Steht hier wer? Nein. Okay. Ähm. Ja, da ist ja ziemlich viel Zeugs da hinten. Entferne die Heuhaufen, um das Lager wieder betriebsbereit zu machen. Ja, sofort. Muss nur erstmal... Okay. Muss nur ein bisschen umdekorieren gerade. Mh. So. Äh. Ups. Aber wie das aussieht, werdet ihr beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn ihr Spaß hattet, lasst mir ein Like, Abo, Kommentar. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Macht die Glocke an, dann werdet ihr auch rausfinden, wie es weitergeht. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Toodaloo. 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 Bis zum nächsten Mal.